Für mich ist es immer ganz wichtig, der Mandant muss gepflegt rüberkommen. In diesen ersten Momenten musst du niemals deinen modischen Mut beweisen. Hallo Leute, grüß euch. Es ist wieder Adam Ahmed, prominenter Strafverteidiger Stefan Werra. Ihr kennt mich, ich beschäftige mich mit Körpersprachen. Wir haben uns getroffen, weil wir draufgekommen sind, dass die Justiz ja nicht blind ist, dass im Gerichtssaal die Körpersprache eine enorm große Rolle spielt. Beim letzten Mal sind wir draufgekommen, dass Adam seinen Mandantinnen und Mandanten Kleidungstipps gibt, wenn sie vor Gericht auftreten. Adam hat gesagt, ich schließe noch das letzte Mal an, die meisten sind ja in Haft und haben da graue, nicht besonders attraktive Kleidung an. Welche Kleidungstipps gibst du deinen Mandanten? Also, um daran anzuknüpfen, ich sage denen natürlich, dass sie nicht mit der in dieser Kleidung kommen sollen und dem schließt sich dann oft an, ja mit was soll ich denn kommen? Soll ich einen Anzug anziehen? Also wenn es jetzt natürlich die Männer sind, die ich verteidige, dann sage ich immer nein, beziehungsweise mit was fühlen sie sich denn wohl? In welcher Kleidung fühlen sie sich denn wohl? Weil es aus meiner Sicht eine ganz große Rolle spielt, dass der Mandant mit einer Kleidung kommt, in der er sich wohl fühlt, damit er a nicht rumzappelt und b authentisch rüberkommt. Dann kommt dann zum Beispiel auch, er kann nicht da Turnschuhe anziehen und so weiter. Und für mich ist es immer ganz wichtig, der Mandant muss gepflegt rüberkommen und soll dann die Kleidung wählen, die er meint. Ich habe schon Mandanten gehabt, die ziehen sich einen Anzug an und man merkt, den haben sie vielleicht erst ein oder zwei Mal angehabt. Und aus meiner Sicht ist es dann nicht optimal, weil ich mir immer denke, also das merken auch andere, dass die sich nicht so wohlfühlen darin. Aber das ist natürlich dann die Frage an den Körpersprachenexperten, wie ist es denn, wenn jemand, wir hatten zwar das Thema schon, aber jetzt nicht im Hinblick auf den Angeklagten, der aus meiner Sicht, und das macht so besonders, der steht ja im Fokus. Es geht um den Angeklagten im Strafverfahren und dann spielt die Kleidung womöglich auch nochmal eine andere Rolle, in dem Sinne, wie ich es jetzt vorher formuliert habe, Wohlfühlen und so weiter, als jetzt zum Beispiel beim Zeugen, über das Thema hatten wir ja auch schon gesprochen, aber wie siehst du das gerade, wenn der Angeklagte natürlich in einem Strafprozess derjenige ist, der der Protagonist schlechthin ist? Also ich werde mich hüten, Tipps zu geben, über das werden wir mal sprechen. Deine Aussage überrascht mich. Warum? Wie hätte man jetzt wirklich gedacht, denn ganz im Ernst, also wir haben es in einer Folge genau beschrieben, der Adam sagt mir nicht, was er mir erzählen will aus den Gerichtssälen, ja. Und das finde ich auch spannend. Wir setzen uns daher und ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt, aber was mich überrascht hat, ist, dass du sagst, ich gebe ihnen nur vor, dass sie quasi sich wohlfühlen müssen drin. Was ja beinhalten würde, dass der mit einem Trägerleibel daherkommt, mit Shorts, detowiert von oben bis unten und Sneakern, weil er endlich, nachdem er zwei Wochen in Untersuchungshaft war, endlich wieder seine Kleidung anziehen kann. Würdest du das zulassen? Also das würde ich natürlich, wenn er mir das so sagen würde, dass er sich nur so wohl fühlt, ja, oder mit so einem Netz-Shirt-Oberteil, dann würde ich ihm sagen, gut, es geht natürlich jetzt schon auch noch darum, vor dem Gericht einen Respekt gegenüber zu bringen, durch die Kleidung, also es spielt natürlich auch eine Rolle. Aber ich muss nur kurz was fragen. Das heißt, ihr redet so konkret, er sagt dir schon, was er anziehen wird? Ich frage dann nach, wie fühlen sie, in welcher Kleidung fühlen sie sich denn wohl? Oder aber, er sagt von sich aus, bringt er sozusagen Beispiele, das ergibt sich dann. Aber schon, also so konkret, du erlebst keine Überraschung, wie der dann plötzlich daherkommt? Erlebe ich nicht. Ja. Erlebe ich nicht. Für mich ist dann an sich die größte Überraschung, wenn er dann mit, ich sage jetzt mal, einer aus der Haft mit Anstaltskleidung kommt, habe ich auch schon erlebt, dass er dann sagt, weil es ja nicht so einfach ist, dann an private Kleidung ranzukommen. Das muss ja dann ein paar Kontrollen durchlaufen. Und wenn er dann mit Anstaltskleidung kommt, ist das natürlich nicht so toll. Vielleicht in dem Zusammenhang, in dem Mooshammer-Verfahren, hat der Mandant einen Anzug an. Also er hat eine Hose, eine schwarze. Er hat einen schwarzen Sack und ein weißes Hemd. Das ist auch bewusst so mit ihm besprochen worden. Also jetzt nicht mit Krawatte oder sowas, aber so, dass er sozusagen einerseits sich wohlfühlt, andererseits dem Gericht gegenüber dann so rüberkommt, dass er tatsächlich auch auf sowas Wert legt. Das spielt schon auch eine Rolle. Aus meiner Sicht, dem musste die Kleidung sozusagen übergeben werden, weil er sonst mit Anstaltskleidung da gekommen wäre. Und das wäre aus meiner Sicht nicht so toll gewesen. Gerade in dem Mooshammer-Prozess, muss ich kurz erklären, mit dem ist der Adam bekannt geworden. Der Mooshammer war einer der, oder wahrscheinlich der bekannteste deutsche Modeschöpfer neben Karl Lagerfeld in der Zeit. Ich weiß es nicht genau. Ich auch nicht. Bunter Vogel und er hat seinen Mörder verteidigt. Muss man das so sagen? Kann man sagen, oder? Kann man sagen. Kann man sagen. Wie würdest du sagen? Kann man sagen, weil er ja rechtskräftig als solcher verurteilt worden ist. Aber er ist halt der Täter gewesen. Täter. Hat er ja auch von vornherein so eingeräumt. Okay. Aber über das werden wir noch einmal reden. Wir machen dann ein paar Folgen, wo wir ganz konkret um Fälle reden. Wir reden jetzt einmal zuerst darüber, wie wichtig ist das. Ja, also das trifft sich sehr gut mit dem, was ich Leuten einfach mitgebe, ist zuerst, du musst immer abwägen zwischen dem, wie fühlst du dich wohl. Das ist ganz wichtig. Und damit bist du in einer gewissen Kleidungsstilistik drinnen. Jetzt gibt es Leute, die haben Anzüge, Leute, die sind nur mit Sportkleidung und so weiter. Und jetzt ist es aber so, innerhalb dieses Wohlfühlbereichs hast du ja einen Stretchbereich. Das heißt, du hast ja nicht immer die gleiche Hose an. Es sind vielleicht lockere Nicht-Anzughosen zum Beispiel. Dann gibt es welche, das sind zerrissene Jeans, mit denen fühlst du dich wohl. Also im unteren, lockeren Bereich. Und dann gibt es aber Chinos. Also so elegante Stoffhosen, fast elegante Stoffhosen, immer noch sportlich. Das heißt, du bist in dem Bereich ja auch, das gebe ich euch mit. Also wenn du ein Bewerbungsgespräch hast, ziemlich egal, wo du hingehst, die Regel, mit dem du dich wohlfühlst, die würde ich nie außer Acht lassen. Aber immer im Hinblick darauf, dass du mehr machen kannst. Und dann ist noch ein kleiner Tipp, egal was du tust, ob es eine Prüfung, ein Date oder ein Bewerbungsgespräch ist, in diesen ersten Momenten musst du niemals deinen modischen Mut beweisen. Das ist ganz wichtig. Wenn du glaubst, das ist jetzt endlich das, wo ich das ausführen kann, das würde ich in dem Fall nicht machen. Also ich glaube, im Gerichtssaal würde man jetzt auch nicht mit dem fancy Schal oder mit dem tollen Hut daherkommen als Angeklagter, oder? Oder schon? Nein, das soll man ja auch nicht. Also es gibt natürlich immer wieder, das sind jetzt gar nicht eigene Fälle, aber irgendwelche Prominenten, die dann da sich dann natürlich fotografieren lassen müssen auch. Öffentlichkeit hat ja ein Interesse. Und die dann, wo ich mir dann oft denke, wie treten jetzt da auf, auch mit Sonnenbrille und so weiter. Aber es muss dann jeder für sich wissen, ob er dann auch den Empfehlungen des Anwalts folgt, ob da auch entsprechende Empfehlungen kommen. Ich habe auf sowas schon immer Wert gelegt, dass man auf solche Dinge achtet. Erst recht, seit wir uns kennen, bin ich da auch noch empfindsamer sozusagen geworden, weil ich glaube, dass das tatsächlich große Kleinigkeiten sind. Und die Frage ist ja, wenn du so viele Tipps gibst und wenn wir jetzt gerade über den Täter, über den Mooshammer-Täter gesprochen haben, die Frage ist, wie geht man emotional mit solchen Dingen um, wenn man solche Fälle hat, das besprechen wir ein anderes Mal. Lasst bitte Kommentare da, was würde euch interessieren und vor allem teilt diesen Kanal gerne weiter. Ciao. Viert euch. Danke. Ciao. 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 Ciao.